Hi und willkommen bei einem neuen Video. Mein Name ist Michael Schartner und in diesem Video erzähle ich dir, wie mein Foto- und Video-Equipment beim Reisen in 2020 aussieht. Viel Spaß dabei! Ich war früher der Typ, der einfach alles, was er an Equipment hatte, in den Koffer gepackt hat und dann zum Reisen mitgenommen hat. Dass wir nicht nur beim Reisen an sich, also bei der An- und Abreise extrem anstrengend, so viel Equipment herumzuschleppen, sondern auch wirklich unterwegs, wenn man dann vor Ort war. Ich hatte dann immer Rucksäcke dabei, ein, zwei Rucksäcke, wo einfach mein ganzes Equipment dabei war. Hatte teilweise eine Gleitcam sogar dabei und keine Ahnung, 5, 6 Objektive. Jedes mögliche Kabel, jede Schraube so quasi, die ich bei mir gefunden habe, habe ich eingepackt. Einfach, weil ich mich vor der Reise nicht wirklich entschieden habe, was ich für ein Foto, für ein Ergebnis erwarte, was ich mit den Bildern oder Videos dann wirklich anstellen möchte. Und auch den Zweck der Reise für mich nicht so wirklich definiert habe, abgesehen davon natürlich einfach Reisen zu gehen und Urlaub zu machen. Je mehr ich dann fotografiert habe und umso professioneller meine Fotografie dann wurde und zusätzlich, je minimalistischer ich geworden bin, umso mehr habe ich dann realisiert, dass es einfacher ist und auch wesentlich besser funktioniert, wenn man mit weniger Equipment am Reisen ist. Ich habe das vor allem bei mir in der Hochzeitsfotografie gemerkt, dass je weniger Equipment ich dabei habe, umso einfacher tue ich mich beim Fotografieren. Und zwar aus dem Grund, weil mir einfach die ganzen Entscheidungen abgenommen werden. Das heißt, wenn ich jetzt nur drei Objektive dabei habe bei einer Hochzeit, dann muss ich mir nicht ständig darüber Gedanken machen, welches Objektiv ich jetzt verwende und so weiter, sondern habe dann wirklich auch einfach die Objektive parat an der Kamera, die ich halt brauche und kann dann somit den Moment einfangen, der wirklich gerade geschieht, ohne mir vorher irgendwie Gedanken machen zu müssen, welche Linse ich jetzt verwende und dann letzten Endes beim Objektivwechsel oder so den Moment dann verpasse. Darum kann ich dir den Tipp geben, dass du dir vor deiner Reise, vor deinem Urlaub schon Gedanken machst, was diese Reise für einen Zweck für dich hat. Wenn du jetzt irgendwo in Irland oder in Norwegen oder wo auch immer irgendwo in Afrika auf Safari gehst oder so oder eben irgendwo im Norden irgendwo zu den Inseln hinfährst oder so und da wirklich eine explizite Fotoreise machst, dann sieht natürlich dein Equipment ganz anders aus und da solltest du dann natürlich auch wesentlich mehr Equipment mitnehmen. Und da machst du ja dann auch Ausflüge vor Ort, um wirklich dann fotografieren zu gehen. Da stehst du dann wahrscheinlich 5, 6, 7 Stunden an einer Klippe und machst von da aus Fotos und brauchst auch in diesem Moment auch wirklich dann mehr Equipment, wenn du halt wirklich eine explizite Fotoreise machst. Aber wenn du jetzt einfach nur Urlaub machst und einfach nur so am Reisen bist, dann kann ich dir wirklich empfehlen, leicht zu reisen, nicht nur in Bezug auf das Fotoequipment, sondern generell pack möglichst wenig Sachen ein und somit kannst du einfach die Reise viel bewusster und viel mehr genießen. Und vor allem beim Kameraequipment, du musst dir dann nicht ständig Gedanken darüber machen, welche Linse du jetzt verwendest, welche Kamera du verwendest, ob du jetzt mit Glidecam, ohne Glidecam, mit Gimbal, ohne Gimbal die Aufnahme machst und zusätzlich hast du nicht ständig irgendeinen 10, 15 Kilo Rucksack dabei, wo dann das ganze Kameraequipment drin ist, das du letzten Endes ohnehin nicht verwendest. Ich persönlich liebe es einfach beim Reisen Fotos zu machen, beim Reisen Videos zu machen und vor allem als Hochzeitsfotograf macht es mir natürlich besonders Spaß, einfach so im Reportage-Stil zu fotografieren und da bietet sich für mich das Reisen einfach extrem an, dass ich einfach immer meine Reisen so dokumentiere. Du findest auch einige, viele YouTube-Videos bei mir auf dem Kanal, wo du die Fotos in Slideshows und Videos von meinen Reisen zum Beispiel ansehen kannst und da siehst du, dass ich wirklich so im Reportage-Stil fotografiere. Und ja, bevor ich mich als Fotograf selbstständig gemacht habe, da war es irgendwie immer so ein Traum von mir, beim Reisen arbeiten zu können, im Flieger den Laptop aufklappen zu können und arbeiten zu können und jetzt, seitdem ich jetzt beruflich Fotograf bin, seitdem kann ich das jetzt wirklich machen und ich müsste natürlich nicht, ich müsste jetzt beim Reisen nicht explizit jetzt den Laptop mitnehmen und dann im Flieger arbeiten und da irgendwie so jede Minute rauskitzeln, die ich irgendwie arbeiten kann. Aber ich mache das einfach, weil es mir extrem Spaß macht und darum habe ich tendenziell ein bisschen mehr Equipment mit, als wenn ich jetzt, also wenn ich das machen würde, wenn ich jetzt nicht zum Beispiel im Flieger am Laptop arbeiten würde. Aber weil mir das eben so Spaß macht und irgendwie ist das für mich so ein, mir gibt es das Gefühl von Freiheit, wenn ich einfach überall auf der Welt meinen Laptop aufklappen kann und da einfach die Sachen machen kann am Laptop, die mir Spaß machen, eben Videos schneiden, bearbeiten oder eben Fotos bearbeiten oder an anderen Dingen an meinem Business zu arbeiten. Ja und darum habe ich eben, wie gesagt, tendenziell etwas mehr Equipment mit, habe eben meinen Laptop auch mit, aber jetzt starten wir bei Null. Ich zeige dir jetzt mein ganzes Reise-Equipment, das ich in 2020 bei meinen Reisen verwende. Beginnen wir beim Foto-Equipment an sich. Meine Kamera, die ich beim Reisen verwende, die zeige ich euch jetzt nicht, weil die auf dem Stativ steht und ich mit der jetzt gerade filme. Aber das ist mehr oder weniger dieselbe Kamera, das ist die Canon 5D Mark III und hier filme ich mit der Canon 5D Mark IV, also nur das Vorgängermodell. Die Kamera dient mir bei den Hochzeiten als Backup-Kamera, aber beim Reisen verwende ich dann meine Hauptkamera, die 5D Mark IV. Ja, dann an Objektiven. Bei meinen Hochzeiten und generell ist aktuell eigentlich so das 35mm 1.4 von Canon mein Lieblingsobjektiv, aber das ist mir beim Reisen zu eingeschränkt mit dem Bildwinkel, weil es ja eine Festbrennweite ist. Darum entscheide ich mich beim Reisen immer für meinen Standard-Zoom, das 24-70 von Canon, auch 2.8er Offenblende. Und ja, mit dem hat man einfach die Möglichkeit, dass man auf 70mm zum Beispiel schon coole Porträts machen kann, wo der Hintergrund auch, also die Personen auch schön freigestellt sind und trotzdem kann man auch relativ weitwinklige Aufnahmen machen mit 24mm. Darum ist das eigentlich so mein Standortobjektiv, wenn ich jetzt unterwegs bin und nicht direkt beruflich fotografiere, wie bei den Hochzeiten. Und dann eigentlich, normalerweise ist das eigentlich so, wenn es jetzt keine spezielle Reise ist oder so, wenn ich einfach nur normal unterwegs bin und irgendwie einen Ausflug mache mit der Family oder so, dann habe ich eigentlich immer nur entweder das 35er oben, mit dem ich jetzt gerade filme, und sonst nehme ich immer das 24-70 mit. Aber, weil wir jetzt dann eine Städtereise geplant haben, oder generell auch in Amerika letztes Jahr und so und auf Kuba, da ist das Teleobjektiv halt einfach so geil. Auf der einen Seite, weil ich halt den Tele-Look einfach so liebe, ich liebe das vom Bildstil her, wenn einfach der Hintergrund so komprimiert wird, ich mag das extrem gerne, darum nehme ich das Tele bei längeren Reisen auf alle Fälle immer mit. Aber, das ist halt mit 1,5 Kilo, die 70-200, 2,8er Offenlände, ist halt beim Reisen jetzt nicht gerade die minimalistischste Variante, ein 1,5 Kilo Objektiv ständig herumschleppen zu müssen. Aber, mir ist es einfach extrem wichtig und mir macht es extrem Spaß, mit dem Objektiv zu fotografieren, darum nehme ich das mit. Und ich beschränke mich wirklich auf die beiden. Ich habe da, wie ihr seht, von 24 bis 200 Millimeter alles abgedeckt und bin da wirklich, ja, gut am Start. Und dann entscheide ich immer, je nach Situation, wenn wir jetzt am Abend irgendwo rausgehen und unterwegs sind, dann nehme ich das Tele dann nicht mehr mit, sondern habe dann nur mehr das 24,70 drauf. Aber wenn wir jetzt gerade unter dem Tag unterwegs sind und irgendwelche Sachen anschauen oder machen, dann ist das Tele auch auf alle Fälle dabei. Von den Akkus her, da entscheide ich immer je nach Reiseziel. Wenn ich jetzt irgendwo in Südostasien oder so unterwegs bin, wo es mit dem Strom oft ein bisschen schwierig ist, dann nehme ich mehr Akkus mit. Und wenn ich jetzt irgendwo in Europa unterwegs bin oder wie letztes Jahr in Amerika, dann nehme ich nicht so viele Akkus mit, weil da hat man tendenziell eher immer Strom und mehr Steckdosen zur Verfügung, als jetzt in irgendeinem Bungalow in Thailand. Und ja, darum jetzt nehme ich bei kurzen Reisen oder auch bei Reisen eben wie gesagt in Europa oder so, nehme ich eigentlich nur drei Akkus mit und hin und wieder auch nur zwei. Aber jetzt im Winter und wenn es dann draußen kalt ist, da werden die Akkus dann schneller leer. Und darum nehme ich jetzt lieber drei Akkus mit und halt natürlich die Aufladegeräte dazu, also eins. Und dann bin ich da wirklich gut dabei. Ich kann, wenn ich jetzt nicht viel Videos mache, dann kann ich mit so einem Akku einen halben Tag, dreiviertel Tag fotografieren oder keine Ahnung, 1500 Fotos damit machen. Also das reicht beim Reisen auf alle Fälle aus und ich komme da in der Regel mit einem Tag, mit einem Akku am Tag komme ich da wirklich durch. Dann der nächste wichtige Aspekt sind die Speicherkarten. Ich habe jetzt ein kleines Etui und ich nehme das einfach immer so mit, wie es ist. Da sind jetzt zwei 128 GB Karten drinnen, eine 64er und eine 128 ist noch in der Kamera drinnen. Und zusätzlich habe ich bei mir bei der 5D Mark IV zwei Speicherkartenslots. Da habe ich noch eine CF-Karte drinnen. Die nütze ich einfach, um zusätzlich noch zu den RAWs auf der SD-Karte noch JPEGs zu sichern. Falls eine SD-Karte verloren geht oder so, dann habe ich zumindest noch die JPEG-Fotos auf der CF-Karte gesichert. Je nachdem, welche Videos ich auf der Reise produzieren möchte, entscheide ich dann immer, ob ich ein Mikrofon mitnehme oder nicht. In Amerika zum Beispiel habe ich zwar ein Mikrofon mitgehabt, aber kein Kabel dazu. Das heißt, ich habe dann alle Videos ohne Ton gefilmt. Aber zum Video kommen wir dann später noch. Aber ich weiß jetzt bei der anstehenden Reise, dass ich ein Video für YouTube produzieren möchte. Und da ist natürlich der Ton unerlässlich. Darum nehme ich auf alle Fälle ein Mikrofon mit. Und ich werde auch vermehrt mit der Spiegelreflex filmen und nicht mit der anderen Kamera, zu der ich später noch komme. Und darum nehme ich jetzt das Shotgun-Mikrofon, das Rode NTG-USB oder so heißt das. Ich blende den Namen dann einfach im Video noch ein. Ein weiteres cooles Equipment-Teil, das ich beim Reisen immer dabei habe, ist der GorillaPod. Ich habe da unterschiedliche Größen für meine Spiegelreflex, die ich jetzt habe mit den schweren Objektiven. Da brauche ich auf alle Fälle den ganz schweren. Der ist jetzt nicht so leicht und auch nicht wirklich handlich. Der passt nicht mal so in die Hosentasche rein oder so, wie die kleinen Versionen davon. Aber bei der schweren Kamera geht es halt leider nicht anders. Und ja, der ist halt extrem flexibel. Ist einfach ein Stativ mit Schnellwechselplatte. Das ist bei dem extrem cool. Die habe ich dann beim Reisen einfach immer auf der Kamera drauf und kann dann die Kamera einfach ganz schnell auf den GorillaPod aufschrauben oder runternehmen. Und dann der ist, wie ihr seht, wirklich extrem flexibel und kann den dann einfach auch, wenn ich Videos mache, einfach nehmen, die Kamera vor mich halten oder einfach ganz egal wo einfach hinstellen. Rein theoretisch könnte man den auch irgendwie so um irgendwelche Stempen rundherum machen, dass das dann so hält irgendwie so. Aber das ist mir mit meinem teuren Equipment da drauf viel zu riskant, dass ich das irgendwo auf einen Stempen so raufhänge. Darum nutze ich das eigentlich nur als normales Stativ. Oder eben, wenn ich die Kamera von mir halte. Und natürlich auch für Fotos von uns, wenn wir jetzt irgendwie nicht direkt Selfies machen, einfach mit dem Selbstauslöser Fotos machen, dann kann man damit eben auch wirklich cool arbeiten. Wie anfangs schon erwähnt, nehme ich beim Reisen auch immer meinen Laptop mit und dazu natürlich Ladekabel und einfach eine externe Festplatte, damit ich halt auch unterwegs auf der einen Seite arbeiten kann und auf der anderen Seite meine Bilder und Videos gleich auf der externe Festplatte sichern kann und dann halt auch natürlich bearbeiten kann oder schon mal Videos schneiden kann. Und das letzte Tool, das ich beim Reisen immer dabei habe und in den letzten Monaten wirklich ein extrem treuer Begleiter geworden ist, dass man glaubt fast gar nicht, aber es ist dieses kleine Ding, das ist von DJI, der Osmo Pocket und das Ding ist so cool. Also wenn ihr beim Reisen Videos machen möchtet, dann kann ich euch zu 100% empfehlen, dass ihr euch den Osmo Pocket holt. Ihr seht das da, die Kamera hat ein Gimbal, DJI ist ja der Marktführer bei den Drohnen und auch bei den ganzen Gimbals im Profibereich, also die sind da wirklich top und der Gimbal, der ist wahnsinnig. Ich habe mit dem so viele Sachen schon ausprobiert, man kann das so coole Sachen machen, so kreativ arbeiten damit, das ist wirklich, wirklich geil. Und ich habe das ganze Video von Amerika, das kommt jetzt genau heute in einer Woche, kommt das online, nächsten Sonntag, da habe ich bis auf 3, 4, 5 Aufnahmen, sind alle Aufnahmen aus dem Osmo Pocket und ihr werdet sehen, die Aufnahmen sind alle extrem stabil, weil es eben mit dem Gimbal stabilisiert ist und ihr seht, das Ding ist so klein, das passt in die Hosentasche rein, der Akku hält unglaublich lange und man kann sogar in C-Log in 4K filmen, das ist unglaublich geil und das noch in Slow Motion, also 100 Bilder, na blöd sind 50 Bilder pro Sekunde, das ist so, so cool und ja, schaut euch das Video nächste Woche an von Amerika und seht, was man aus dem kleinen Ding herausholen kann und ja, also Hut ab vor DJI und den werde ich jetzt auf alle Fälle immer dabei haben, habe den auch in der Freizeit oft mit, einfach so nebenbei einfach irgendwelche Aufnahmen machen zu können oder bei Shootings zum Beispiel, dann nehme ich ihn mit und lasse dann mal schnell von mir eine Aufnahme machen oder filme einfach so zwischendurch. Bei den Hochzeiten habe ich den auch immer mit und ja, das war es jetzt soweit zu meinem Reiseequipment 2020, die Sachen, die ich heuer verwende, mal sehen, wie sich das Equipment dann in den nächsten Monaten oder dann im nächsten Jahr verändern wird, ob etwas dazukommt, ob etwas wegkommt und ja, ich halte euch auf alle Fälle am Laufenden. Ja, was mich noch interessieren wird, welches Equipment verwendet ihr beim Reisen? Nehmt ihr nur das Smartphone mit zum Fotografieren oder habt ihr noch eine andere Kamera dabei? Lasst es mich wissen, schreibt es mir das in die Kommentare und wenn euch diese Videos interessieren, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wir sehen uns dann im nächsten Video.